Danke dir. Mutti von Jürgen, ich wollte sagen, Jürgen am 17. August wollte fahren nach Polen, erholen, mit Kollegen oder mit Bekannten, kein Problem zusammen, oder mit Schwester, mit Kindern und Mann. Ich fahre auch, ich habe Urlaub, fünf Tage und muss wieder nach Bad Essen arbeiten, weiter. Ja, ich kenne Krakau, ja. Ja, aber mein Ort ist 500 Kilometer von Krakau, aber nichts zu weit von Balticsee, 140 Kilometer von Kolberg. Und Jürgen heute gesagt, er wollte nach Kolberg einen ganzen Tag fahren. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Aber ich habe schon eine ganz gute Frage durch Polen gemacht. Ich drehe eine Reklame für polnische Leute. Ich informiere alle und auch heute kommt eine Anzeige von Kastanienblatt, regionale Zeitung. Ich organisiere eine Gruppe. Ja, ist doch gut. Ja. Du bist ja ein toller Mann. International Präsident. Er wollte ja gerne im Antoniushaus arbeiten. Er ist ja Krankenpfleger. Ja, ich bin Krankenpfleger. Er hat auch eine Bewerbung hingeschickt, aber ich habe keine Zusage für Antoniushaus. Nein, er antwortet, jetzt im Moment ist kein Platz zum Etat. Ja, ja, so war es. Ja. Aber ich wollte für dich zeigen, meine Internet, meine offizielle Visitskarte. Ja. Das ist eine für Mutti, Mutti schon weiß, und eine für dich. Guck mal, das ist meine Internetseite. Ja. Und dieses Film auch landet mit dieser Internetseite. Muss suchen. Es sind viele Filme aus Polen, aus Deutschland, aus Warschau. Sie sind wie ein Präsident. Ja, und andere Seite ist zweite meine Internetseite. Arthur Glowatzky, minus Glowatzky, ne? Arthur minus Glowatzky Pell. Das ist auch frische von gestern, das ist neue Internetseite. Guck mal an. Er kann noch nächstes Mal Präsident in Tansania werden. Präsidentenauto steht schon da, das gibt es hier schon. Der ist meine Priester bis Ewigkeit. Priester bis in alle Ewigkeit. Ich gehe zu Jusik. Ja, komm mal mit. Ja, der hat noch eine nette Therapeutin da. Nächstes Mal auf Karaschen. Ja. Eine hübsche junge Frau. Aus Polen bestimmt oder Russland. Ne, ich weiß nicht, wo der herkommt. Tutaj, proszę Państwa, w Niemczech pracują naprawdę Polki jako opiekunki, prawie milion opiekunek i opiekunów. I to jest po prostu nie do wiary, że naszym rządzącym opłaca się nas wysyłać do Niemiec, bo u nas nie ma szans tyle pieniędzy zarobić, co w Niemczech. Dlatego jest to tak ważny kierunek i tak jak dzisiaj powiedziałam Jurgenowi, w każdym dniu Niemcy oczekują 16 tysięcy opiekunek z Polski, bo nie ma tutaj komu pracować. Po prostu tutaj pracują emigranci na ich dobrobyt i zabezpieczają w ten sposób ich zdrowie. A kto zabezpieczy zdrowie nasze w Polsce? Chyba nowy prezydent. Tylko niech się postara, żeby obniżyć podatki na 15%, a w kolejnym rok urządzenia na 10%, tak jak ja powiedziałem w telewizji w Realu w Warszawie 16 grudnia. I po jednym dniu program został wyłączony. Dziękuję Sylmouti. Ja, bitte, bitte. Herzlich willkommen na Piecnik. Kaukaj na jeden świetny ort, świetny zee, świetne türe und alle obstwą meiner wald. Blaubeere, maliny, brombeere, jagody, blaubeere, steinpilze, steinspilze. Und andere. Ist viel. Ja, to wszystko. Alles natur. Ja. Drei sejm piecnik. Eine betyń wielki, 20 kilometrów długie, jedno piecnikowe i jedno rakowe. Zapraszamy do piecnika. Wszystkich, co oglądają ten region, zapraszamy w region Wałcza, Mirosławca, Tuczna. Zapraszamy w te piękne, czyste lasy. W związku z tym, że jest mało turystów, lasy są bardzo czyste. Ubolewam tylko, że jak zjedzie bardzo dużo turystów, to być może zamiast grzybów będą papierki. Ale będziemy dbać o czystość i myślę, że turyści też uszanują nasz regionalny Debrobyt, jakim jest świeże powietrze, czyste lasy. Zielony, czyste lasy i wspaniała, słodka, czysta woda. Zapraszamy na stronę www.groshandel.pl Tolemann Tolemann Einfach so reklamy von Mercedes-Benz Jürgen Holste Jörg